Hallo, ich bin Leon Weller, 17 Jahre alt, Auszubildender bei der Firma Leon Advice zum Elektroniker für Betriebstechnik und die Arbeit mit Strom hat mich schon immer fasziniert. Ich finde schon, dass ich einen sehr abwechslungsreichen Beruf erlerne, weil man wirklich mit allem, was irgendwie auf der Baustelle Elektrisches zu tun hat, das sind sehr sehr unterschiedliche Geräte vom Laptop über die Säge bis hin zum Kran, wo halt wirklich sehr große Unterschiede sind. Der einzelnen Tätigkeiten, die man an so einem Gerät durchführen kann, vom Kabelwechseln bis hin zur kompletten Steuereinheit, Platinen, Löten, Verkabeln, alles Mögliche. Das sind sehr facettenreiche Themengebiete. Es ist ja nicht nur, dass man ein bisschen Strom verlegt, sondern dass man halt auch die Leitungen vernünftig verlegt und anschließt, so dass da halt keiner heranpacken kann, dass man alles vernünftig macht, dass dann niemand sich verletzen kann, dass da nichts passiert. Es ist wirklich wichtig, dass man immer Respekt vor dem Strom hat und wirklich weiß, was man tut. So Meister, ich brauche einen Auftrag. Wir bekommen von unserem Meister einen groben Plan, wie wir es machen sollen. Am besten ist dann nochmal, wenn man mit dem Bauleiter drüber spricht, weil wir durch die Komplexität und Größe der Baustelle sonst kein vernünftiges Stromnetz auf der Baustelle aufbauen könnten. Ohne Strom läuft hier nichts und genau das ist mein Job. Gut. von Untertitelung des ZDF, 2020